Vitamine, die Monster kommen! Oh mein Gott, Sandy, du wurdest schon aufgeschnitzelt! Nein! Ich lebe wieder! Moin, moin! Äh, moin! Denn, Freunde, wir müssen uns heute vor verschiedenen Monster schützen! Und das können wir natürlich nur machen, wenn wir auf jeden Fall eine gute Base bauen! Äh, was ist denn das jetzt für eine gute Base? Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist die beste Base der ganzen Welt! Oh nein, oh nein, oh nein, sie hat mich! Sie hat mich! Sie hat mich! Nein, nein! Nein! Okay, Sandy, das ging in die Hose! Okay, Vitamine, ich bin fertig mit meiner Base! Let's go! Das war's mit dem Video! Yo! Denn vor einer Weile haben wir mal Build to Survive gespielt! Und das hat euch echt mega gefallen! Und ihr wolltet einen zweiten Part! Und hier ist er endlich! Und wir haben extra mal so ein neues Spiel genommen, wo auch ganz, ganz, ganz viele verschiedene Monster kommen! Zum Beispiel gerade eben was Freddy danach kommt, keine Ahnung wer! Aber wir haben nur eine Minute 10 Zeit! Und wir müssen jetzt schnell eine Base bauen, dass wir diesmal überleben, Mann! Ganz genau! Ich würde sagen, wir bauen uns eine Base... Alter, guck mal da drüben, der hat einfach eine Tower gebaut! Und der hier, Alter, okay, das gucken wir uns nachher an! Aber ich würde sagen, komm, City, wir machen uns... Wir können einfach... Wie wir es machen, ist egal! Ich mache jetzt aus Ziegel! Ich fange mal mit Ziegel an! Alter, man muss Geld dafür bezahlen, ne? Für die Blöcke! Ja, für jede überlebte Wave kriegst du einfach Geld! Okay, ich habe noch die Noob-Blöcke, habe ich noch! Okay, ist nicht schlimm! Aber ich will so ein kleines Haus bauen! Also, guck mal, hier können Fenster rein! Wenn wir überhaupt Fenster... Wenn es überhaupt Fenster gibt! Ich weiß es nicht! Okay, guck mal, ich mache so die Seiten aus Kunststoff hier! Ja, okay, okay, mach, mach ruhig! Ich mache... Ah, guck mal, Türen habe ich auf jeden Fall! Ich habe mir gerade Türen gekauft! Okay, Freunde, ihr könnt ihr mal raten, wie weit wir kommen! Und am Ende schreibt ihr mal, wie euch das Haus gefallen wird! Also, bis jetzt gefällt es mir noch nicht! 30 Sekunden! Jo, Alter, guck mal, ich habe Glas reingebaut! Alter, das sieht nice aus! Ja, ne Bau, 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 Bau! Okay, du machst das Dach aus... Oh, das ist gut! Okay, ich mache das... Ja, ja, ja! Upsi! Hey! Okay, City, wir haben ein Problem! Denn wir werden jetzt schon wieder angegriffen! Und wir haben keine Verteidigung, so richtig! Du hast keine Verteidigung! Ja, und was hast du, Kollege Schnürschuh? Guck dir das mal an hier, habe ich gebaut ab! Ach so, okay! Ich bin gespannt! Ey, wenn das... Wenn das funktioniert, dann... Dann ist es krass! Uns greift einfach schon wieder Freddy an! Was? Siehst du mich? Geh aufs Dach! Ja, warte mal! Ey, man kann auch einfach nur so einen Turm nach oben bauen, ne? Aber das... Nein! 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 Oh, oh! Ja, Sandy, was sagst du jetzt? Oh mein Gott, meine Base hat nicht überlebt! Ja, ihr seht's! Also, die sind gar nicht mal so verkehrt, die Leute hier! Wir müssen ein bisschen aufpassen! Hier oben... Ey, Junge! Also, du bliebst! Ey, du... Oh nein! Oh nein! Junge, alt! Okay, okay, wir haben gleich die Wave überlebt! Und ihr seht's, rechts haben wir auf jeden Fall... Ein Pokal bis jetzt! Ich bin... Ich bin sehr stolz auf den einen Pokal! Ich... Ich hab null! Wow! Okay, Leute! Ihr könnt aber auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, ob wir das danach nochmal gegeneinander machen sollen! So, warte mal! Ich wollte hier noch so eine... So eine Decke machen! So! Wir machen jetzt schon fast gegeneinander! Ja, das stimmt! Aber ob wir das das nächste Mal so richtig gegeneinander machen sollen! Weißt du, wie ich's meine? So richtig richtig? Oder nur richtig? Nee, so richtig richtig! Okay, Vitamine, Fantastico! So, okay, mal gucken! Mal gucken, was wir für ein Haus hier bauen! So, ich mach... Ja, eher... Es wird so ein Ziegelsteinhaus! Hast du's schon gecheckt? Magst du eigentlich eher so Zwiebelchips oder eher so Paprikachips? Äh... Zwiebeln und du? Ich mag Schokolade eher! Was? Junge, okay! Der erzählt schon wieder nur Quatsch! Und ich würde sagen... So, okay! Das Grundgerüst hab ich auf jeden Fall schon mal fertig! Ich mach jetzt hier die... Junge, ich weiß gar nicht... Okay, pass auf! Wir machen so! Ich mach die untere Etage und du machst die zweite! Ja, wie? Wir haben zwei Etagen? Ja, safe, Mann! Denkst du, wir sind Noobhaus oder was? Äh, es wird noch... Es kommt noch ein Stockwerk hier drauf oder wie? Ja, ja! Ja, dachte ich so! Also, wir müssen uns doch gut schätzen vor den ganzen Monstern! Ja, okay, alles klar! Ich kümmere mich drum! Und ich glaub... Ich glaub, wir haben einen neuen Freund, ne? Warte, warte, warte! Ich mach Kunststoff noch hier! Ey, das sieht richtig cool aus bis jetzt! Alter, wer ist das denn, ey? Junge, Namik heißt der! Krudel! Soll ich dir auch erlauben, hier zu bauen? Die Frage ist, was wird der machen? Oh, er haut schon wieder ab! Warte mal, jetzt mal eine Frage für mich! Machst du Blöcke kaputt oder können die Monsterblöcke kaputt machen? Ich hab nichts kaputt gemacht! Okay, ich werde mal Sandy ein bisschen auf dem Schirm haben! Ich sage ja nichts ohne meinen Anwalt! Ja, also, Freunde, ey, das wär megakrass, wenn Monster einfach... Oh mein Gott, Freddy-Armee! Hä? Hä? Ja, ich weiß auch nicht! Alter, normalerweise greift immer was anderes an, aber jetzt war es zweimal einfach die Freddy-Armee! Dreimal sogar! Achso, stimmt, dreimal! Oh mein Gott! Ja, aber guck mal! Oh mein Gott, Vitamine! Pass auf! Warte, warte, warte! Oh mein Gott, ich komm hoch! Oh mein Gott, ich muss hoch! Ich muss hoch! Was? Wie ist der hochgekommen? Ja, sag ich doch! Die sind über... Machen die Scheiben kaputt, Leute? Ich check's nicht! Ne, die machen keine Blöcke kaputt! Junge, was? Ey! Die sind hier hochgekommen! Ich weiß es nicht, die machen hochgepackt, die sind echt gut! Junge, die sind echt schlau! Warte mal, ich spore mich einfach nach unten! Oh, ne Freddy-Armee! Oh mein Gott, okay, noch 10 Sekunden, Leute! Ey, ich glaube, wir müssen mal drüben gleich bei unseren Nachbarn fragen, ob wir da mit rein dürfen! Junge, was ist denn für ein Riesenturm gebaut? Dein Wolkenkratzer! Ey, warte mal, dir hat einfach jemand ein Herz gegeben! Okay, ich geb dir ein Zwei... Du hast einfach zwei Herzen! Jo! Du kriegst jetzt einfach Likes dafür, dass ich bei dir baue, ne? Naja, egal! Ne, ich find das sehr fair! Ja, okay, okay, so, okay! Hier ist einfach noch jemand wieder in unserer Base! Und hier hinten machen wir alles zu! So, perfekt! Okay, unten, unten sind wir safe, Sandy! Unten kann uns nichts mehr passieren! Gar nichts mehr! Ja, mal schauen! In einer Minute kommt wieder die Freddy-Armee! Ja, hier... Warte mal! Oh mein Gott, Alter, man kann so viel kaufen, Leute! Schaut mal! Wir machen einfach mal eine Holztreppe! Ich hab noch ein bisschen Geld, hab ich noch! Oh nein, das wollte ich eigentlich gar nicht kaufen! Egal, so eine Holztreppe haben wir und... Guck mal, ich kann in die zweite Etage hier hochgehen! Nicht schlecht, Kollege! Was? Ei! Ich hab schon wieder was aus Versehen gekauft, Mann! Warte mal, warte mal... Was machst du? Machst du das Dach? Ja! Ah! Okay, dann muss meine Holztreppe andersrum, Leute! Hast du das Dach geschossen? Ey, guck mal, die hat meine Base gelassen! Och, nö, ich hab mich wieder tippt! So, und... Guck mal, ich geb ihr jetzt Rechte, okay? Ich hab ihr Rechte gegeben! Oh mein Gott, okay, ich bin gespannt! Alter, wird sie grieven oder nicht? Ey, ich bin gespannt! Aber... Nö, sie macht gar nichts! Ich glaub, die checkt das nicht mal! Okay, warte mal, wir haben hier so einen Spawnpoint! Wie kommen wir auch nach oben? Ah, das ist Treppe! Ich weiß nicht! Ja, ja, ich hab eine Treppe gebaut! Türen haben wir! Leitern können wir bauen! Taschenlampe und... Oh! Okay, Freunde, ich muss neues Bargeld kaufen! Was? Ey, ich bin hier übrigens abgezogen! Okay, warte mal! Ey, achte ich... Ich baue... Junge, was? Was baut die hier? Sind die? Baut die gut oder soll ich wegnehmen? Ne, ne, die hat bis jetzt noch gar nichts! Also, ich weiß nicht, ob den Block du gebaut hattest oder sie! Keine Ahnung! Ich hab nur weiße Blöcke! Ah, okay, okay! Da war so ein weißer Block! Oh mein Gott! Alter, mir gibt's richtig viel, Leute! Oha! Guckt euch das mal an! Alter, ich kauf mir alles! Oh mein Gott! Okay, Setti! Du musst... Du musst dir unbedingt danach mal meine... Oder unsere Wohnung angucken! Hier kann man richtig viel kaufen! Das kann nicht sein! Was nun schon wieder? Junge, die sind aufs Dach gekommen, die Armee Ninjas! Hilfe, lass mich rein! Hä? Oh mein Gott, komm rein! Kannst du nicht rein? Ich wollte die nicht! Oh mein Gott, was eine Ninja-Armee! Oh mein Gott, Freunde, ihr seht's also! Die kommen sogar auf den Dächern! Es gibt verschiedene Monster! Das kann nicht sein! Aber, Setti, du musst mal bewerten, wie es dir hier drinnen gefällt! Also, ich kauf sogar einen Ventilator! Alter, Junge, was mach ich hier eigentlich? Ich kauf dir eigentlich gerade die krasseste... Oder generell das krasseste Zimmer, was es je gibt! Ja, und ich werde die ganze Zeit erledigt hier! Ich muss sicherer bauen! Das könnte sein, das könnte sein! So, eine Couch! Hast du... Oh, warte mal, Freunde, das unten brauchen wir nicht! Eine Couch! Ey, Fernseher bräuchte ich aber... Das ist alles so teuer, Leute! Oha! 305 Werte! Naja, dann kommt halt ein Computer drauf, ne? Junge! Setti, komm mal nach unten! Wo bist du? Äh, ich mach gerade noch das Dach, Mann! Oh! Okay, warte mal, wir gucken mal, Setti zu... Alter! Okay! So, mittlerweile gefällt mir so ein bisschen das Haus, ne? So langsam... Ein bisschen nur? Ja, doch, so langsam kriegen wir... Ja, doch, dass das passt! Ich kann mal auf jeden Fall gucken... Ich liebe das Haus! Yo, wir haben ein Like bekommen! Siehst du das auch? Ähm, nee, nee, das ist tatsächlich dein! Deswegen sehe ich das nicht so! Ich hab hier nochmal ein Waschbecken! Ich muss dir gleich die Bude zeigen, okay? Ich zeig dir gleich alles! Ey, ich hab sogar das stille Örtchen für dich gekauft! Nee, ich stell das Örtchen, hör dich gut an! Ja, ich bin mal gespannt, wie es dir gefallen wird! Ey, Alter, guck mal! Wir haben zwei Türmen gegenüber! Warte, warte, warte! Ja, wir gehen auch gleich mal rein, ne? Warte mal, ey, komm, lass mal! Ich mach das hier mal, hier vorne, so mit Glas! Das ist so unser Ausguck hier, verstehst du? Alter, du machst das richtig schön! Na klar! Oh mein Gott, okay! Und... Jacks! Jacks greift an! Okay, warte mal! Oh, unglaublich, die kleinen Züge aus! Ich muss mich kurz mit... Mit... Nein, 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 nein! Ey, wenn jetzt die auch kommen, ne? Nein, 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 nein! Oh mein Gott! Das kann nicht sein! Warte mal, sind die oben? Ja! Oh nein, ich bin auch oben! Ich glaube, aber das sind auch Hasen, die können... Ah! Weißt du? Hasen können richtig hochspringen! Oh, ich glaube, deswegen... Du baust einfach weiter?! Junge, ich störe mich nicht bei meiner Arbeit! Okay, ich bin ehrlich gesagt safe! Also, wenn wir hier die ganze Zeit drinnen stehen, dann... Dann passiert gar nichts mehr! Es passiert wirklich nichts, Leute! Also, wir sind safe gerade! Junge, ich störe mich nicht beim Bauen hier! Ew! Aber guck mal, guck mal! Ey, setz dich mal hin! Hier hab ich auf jeden Fall, äh, Computer! Es sollte eigentlich ein Fernseher werden, aber... Dann haben wir hier noch deine Lieblingsbeschäftigung! Auf der Toil... Oh! Ich hab die weggemacht, aus Versehen! Bitteschön! Ja, hast du die weggemacht? Ja, hier! Ist wieder da! Ey, wo? Ey, Junge! Was? Du machst das? Und? Ey, guck mal hier! Du hast doch Hunger, ne? Komm her! Ja, ja! Ess mal! Ess mal! Ja, ja, ja! Kannst du den... Oh, ja, ein Cheeseburger? Ich hab keine Ahnung! Passiert du was? Ja, ja, ich hab... Und? Jo, ich glaube, der regeneriert und ansonsten Strand... Ey, Leute! Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall nochmal ein anderes Video machen mit anderen Möbeln und so. Hier kann man so viel machen, das ist crazy! Alter! Okay! Ich glaube, da wird auf jeden Fall nochmal was kommen, Leute! Wenn ihr auf jeden Fall wollt, dass wir noch einen dritten Teil machen, wo wir gegen Monster kämpfen mit Senti und ihr mal in die Kommentare schreibt, welche Base wir machen, dann schreibt das gerne jetzt rein in die Kommentare. Liked auf jeden Fall das Video und ich würde sagen, bist du... Hast du hier Gläser gebaut? Hast du hier Gläser gebaut? Ja, willst du... Magst du die nicht? Wir sind alle, schon hier rauszukommen gerade. Ich hab... Guck mal! Ich hab aufgemacht! Ich hab ne Idee! Damals in Minecraft, Freunde, hatte ich immer so einen schönen Balkon. Den hab ich so genossen, deswegen hab ich jetzt nochmal einen neuen gebaut. Jo, okay, das ist eine coole Idee, aber da musst du noch so einen Ausgang machen, ne? Ja, irgendwie tatsächlich weckt das gerade alte Erinnerungen. Heul nicht. Ja, okay. So, warte mal, gibt's hier irgendwie so einen Zaun oder so? Ich bräuchte einen Zaun. Ja, ich glaube, es gibt einen Zaun, ne? Ja, gibt's das? Wo hast du das gesehen? Farben, Treppe, Möbeln? Möbeln? Es gibt einen Leiter. Da gibt's auch schon immer einen Zaun, ne? Sieht das aus wie ein Zaun? Ja! Wir werden eingeriffen, ne? Ja, warte mal! Ich hab einen Schneezaun, Schneezaun beim Winterpack, aber nur. Joa, du bist Entscheider, du kannst entscheiden. Da draußen gibt's einen Zaun, aber 150 Dollar. Oh. Ja, ich hab schon Zaun gebaut, guck mal. Warte, was kostet ein Zaun, 150 Dollar, oder dass du den Block hast? Nein, nein, du hast dann den ganzen Block die ganze Zeit. Ach so, ja, dann geht's ja easy. Ja, ich find das auch gar nicht. Und, Alter, die Ninja-Armee schon wieder. Was sind das eigentlich für Dinger? Ich kenn die gar nicht. Die sollen mich einfach in Ruhe lassen. Joa, was? Die sind einfach auf dem Haus drauf. Oh mein Gott. Nee, nee. Oh mein Gott, bitte, hau ab. Ich hab gerade meine Ruhe hier oben. Alter, Sandy? Nein, nein. Ich weiß nicht, wie die raufgekommen sind. Keine Ahnung. Lass mich doch meine Arbeit machen. Alter, wie viel Geld hast du eigentlich gerade? Oh! 1,60. 1,60? Alter. Also 1,60 Euro. Oh. Das ist schlecht. Alter, sieht aber gut aus, der Zaun hier. Ja, das ist kein richtiger Zaun. Das ist eigentlich eine Leiter. Aber man muss erfinderisch sein, ne? Ja, was soll ich mir kaufen? Hm, soll ich mir... Äh, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, wie viel du hast. Du hast gesagt, du hast... 160, 160. 160. Ja, für 100 gibt's Toilettenpapier. Also ich weiß halt nicht, ob du Toilettenpapier brauchst, ne? Ach, weißt du, was ich brauche, um ein Po abzumischen? Was denn? Aber Leute, wir werden auf jeden Fall das nächste Mal eine Challenge machen. Also, Sandy gegen mich. Und wir werden einfach mal in einer Minute, fünf Minuten oder zehn Minuten was bauen. Und das entscheidet ihr jetzt in den Kommentaren. Und da werde ich Sandy herausfordern in diesem Game. Oh mein Gott, das wird echt cool. Und Alter, was sind das denn für zwei Riesen-Towern neben uns? Ja, hab ich doch gesagt. Okay, Sandy, weißt du was? Ich glaube, wir können hier eh nichts mehr bauen, ne? Unser Haus ist eigentlich gerade fertig, ne? Ist wirklich fertig. Du baust doch nicht wirklich Bäume aufs Haus, oder? Nein, da kommt drumherum. Wie machst du das? Ja, okay. Ja, drumherum. Easy. Geil. Alles sieht wirklich nice aus. Warte mal, mir fehlt noch eine, ich finde das immer gar nicht, Möbel. Okay, eine Leiter fehlt mir noch. Die muss ich hier platzieren. So. Aber ansonsten, ne? An ansonsten sieht das Haus echt schnicker aus. Nee, das ist eigentlich zu gut für uns, das Haus. Eigentlich ehrlich gesagt schon, ne? Eigentlich können wir überhaupt nicht bauen, Leute. Tausendmal besser könnt ihr bauen, aber, boah, es sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Okay, ich würde sagen, komm, in zehn Sekunden spawnt die nächste Welle. Komm, wir rennen noch schnell rüber. Komm, wollen wir noch schnell rüber rennen? Komm, ich bin im Haus. Ja, ich wollte ins andere Haus rennen. Okay, warte mal, da müssen wir, da müssen wir. Wo bist du? Ich schaue jetzt auf unser Haus, sicher, ich bin auf dem Balkon. Ah, okay, und oh mein Gott, jetzt kommt ein Zombie-Angriff. Ey, wenn die jetzt hier hochkommen, ne, Vitamine, okay. Ja, ey, wenn die das schaffen, dann sind... Oh mein Gott, ich bin ausgesehen runtergefallen. Okay, die Tür können sie zumindest nicht aufbrechen. Ah, das ist gut, das ist gut. So, wir gucken mal. Und was ist, wenn ich mich hier an die Seite stelle? Oh mein Gott. Alles gut. Alter. Oh mein Gott, fässt ihr was, Freunde? Wir machen einfach mal die Tür kaputt. Oh mein Gott, let's go. Wir lassen sie einfach rein und... Tür kaputt. Hä? Kann die Tür nicht mehr kaputt machen. Das ist ja zum Beispiel... Ey, du hast mir die Rechte weggenommen. So, Vitamine, komm einmal. Hier ist eine Couch von mir. Fühl dich wohl, als wärst du eins zu Hause. Wo ist deine Toilette, hä? Ja, ich hab keine Toilette. Mach auf den Boden. Als Opfer, der hat mich einfach rausgezogen. Warte mal, Alter, Bannhammer. Ich glaube, das kaufe ich mir das nächste Mal. Leute, soll ich mir für 1.999 Robux den Bannhammer kaufen und den bei Santy mal schwingen? Wo ist dein Haus, Vitamine? Junge. Okay, soll ich dir mein Haus zeigen? Komm, ich hab einen Like. Ich hab einen Like. Ja, ich hab einen Like. Jetzt hast du zwei. Danke. Ich hab drei. Ich hab mich selber geliked. Du, aber das geht, ey. Ich leuchte gleich schwer. Okay, warte mal. Aber, komm. Ich würde sagen, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Wir sind ja fertig mit unserem Haus. Ja, ja, ja. Wir gucken uns das mal an. Können wir hier einfach... Oh. Was ist das denn? Eine Trolltür. Ich wollte da echt reinspringen. Okay. Gibt es keinen Eingang? Lass mal rumgucken. Ich glaube, sieht nicht so aus. Hä? Als ob. Als ob man da nicht rein kann. Hä? Der ist wahrscheinlich hochgebaus oder so. Ja, chillt der da jetzt nur rum? Ich glaube schon. Warte mal, gibt es hier unsichtbare... Du glaubst doch nicht ehrlich, dass du 10.000 Meter hochkommst. Ja, guck mal. Das ist ein Jump'n'Run. Guck mal. Das sind doch so einzelne Blöcke. Ja, aber Sandy, Alter, kommst du niemals hoch, Mann? Doch. Guck mal, zu dem Block kommen wir ja bestimmt zu dem ersten. Du bist hier sicher, ja? Okay, ich booste dich. Ich weiß keine Ahnung, was du hier siehst, aber ich komm nicht ansatzweise da hoch. Ey, da den ersten Block siehst du nicht? Ja, ich seh den, aber ich komm da niemals hoch. Ich werd's nie schaffen. Du musst anderen nicht träumen, immer glauben. Ach, ey. Leute, das ist Zeitverschwendung. Okay, aber kommen wir mal hier rüber. Komm, wir gucken mal hier. Der hat... Ah, hier ist Glas. Hier kommen wir auch nicht an. Ich glaube, die haben auch gar keinen Bock, ne, auf uns. Warum, ey? Ja. Okay, hier hinten ist ne Treppe. Hier hinten ist ne Treppe. Ja, wenn wir die Mordze kommen, ne, 10 Sekunden. Ja, ich bin drin in seiner Base. Oha. Alter, gelb, grün. Warte mal, die geht runter. Oh mein Gott, ich bin unten. Okay, der hat ne richtige Base gebaut. Alter. Ne Rainbow Base. Ey, moin. Warte mal, können wir bei ihnen bauen? Manchmal geben die uns ja Berechtigung. Ich hab einfach mal gefragt, Leute. Hi, Ken. Also, ob wir bauen mit ihr dürfen. Und, Leute, ey, wenn sie uns das gibt, dann zerstören wir einfach alles. Warte mal, was? Ja, wir tun so, als wären wir helfen. Warte mal, ich pack mal hier Glas. Oh nein, sie sagt yes. Äh, Kamine, ich hab nichts damit zu tun. Ich geh raus. Okay, Freunde, ich glaube, so richtig bauen möchte... Die will nicht mit uns bauen. Die hat zwar ein paar Betten hier, aber... Was ist das bitte für ne Base? Ich glaube, die hat keine Lust auf uns. Oha. Ja. Hä? Sie hat alles gelöscht. Sie hat einfach alles selber gelöscht. Oh nein, ich hoffe, es war nicht auszusehen. Äh, warum hat sie jetzt alles gelöscht? Ich glaube, sie fängt einfach komplett von vorne an. Die Arme. Irgendwie tut die mir schon ein bisschen leid. Du tust mir auch immer leid, Vitamine. Naja, egal, Senti. Mochte die noch... Du wolltest dein Leben lang ein Mensch sein, aber bist als Orange auf die Welt gekommen. Nee, ich mochte die noch nie da hinten. Ich mag die nicht. Okay, Senti, ich würde sagen, komm, wir gehen die letzte Wette nochmal auf unseren Balkon. Wir genießen es nochmal. Dass die Monster uns nichts anhaben können. Und ich glaube, Leute, so könnt ihr auf jeden Fall unendlich viel Geld farben. Ich weiß zwar nicht, warum unsere Base kaputt ist. Das müsste uns mal Sandix erklären. Was? Wo ist denn der Putsch? Na, hier oben. Hier sind Blöcke irgendwie. Keine Ahnung was. Weiß nicht, was du wieder gebaut hast. Ja, das ist mein Haus hier. Meine Entscheidung. Aber irgendwie greift immer nur Freddy an, ne? Es gibt auch viele andere. Guck mal, ich like von hier aus. Hier, guck mal. Ging... Tschüss. Junge, Alter. Warte mal, wenn ich dich haue. Ey, wo ist Junge drauf? Ja, Junge, ich bin... Oh nein, warte, ich glaube, die sind schlau, ne? Vom Schild. Gib mir mal Berechtigung. Ja, okay. Ja, hast du? Danke. Tschau. Ey. Oh. Ja. Wow, Junge, jetzt sind wir aus. Nein. Oh mein Gott. Ey, komm, wir griefen jetzt einfach... Die sind im Haus drin. Ja, wir griefen einfach sein Haus. Ich habe einfach mein Haus komplett zerstört. Ey. Ja, selber schuld, wenn es nicht meins ist. Junge. Okay, jetzt hat der... Jetzt haben sie mir wieder weggenommen. Aber dein Haus ist auf jeden Fall vorne ein bisschen undicht. Oh mein Gott, Junge. Freddys brechen in unser Haus ein. Nino ist sogar hier. Die Freddy-Armee greift auf jeden Fall an. Oh mein Gott. Aber wir haben es überlebt. Let's go. Okay, Freunde. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn ihr, wie gesagt, noch einen dritten Teil sehen wollt, dann lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostet es zu abonnieren. Schaut gerne bei mir, Sandy, bei besten Freunden vorbei. Und dann würde ich sagen, sieh, wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Bis hin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.